Die Geschichte um das legendäre Kaffeehaus Trömmel in Plauen Am 5. Februar 1880 eröffnete Emil Trömmel gemeinsam mit seiner Frau Marie Minna und seiner Schwester Hedwig in einem gemieteten Laden an der Söhrer Straße 2 eine kleine Konditorei mit Kaffee ausschank. Der Kundenkreis vergrößerte sich enorm schnell. 1883 konnte sich Julius Emil Trömmel ein eigenes Haus an der Bahnhofstraße, Postplatz 9 bis 10, kaufen und entging auf diese Art einigen Schwierigkeiten mit seinem Vermieter. Es entstand das berühmte Café Trömmel am Postplatz. Ständig wurde erweitert und ausgebaut, da der Kaffeehausverkehr eine ungeahnte Ausdehnung gewonnen hatte. Die Einwohnerzahl Plauen stieg von Jahr zu Jahr und der Gästeansturm nahm erheblich zu. 100 Personen fanden im Café Trömmel, dem beliebtesten Treffpunkts Plauens, eine Beschäftigung. Angesichts der ständig steigenden Gästezahl machte sich 1892 der Anbau der Terrassen notwendig. Diesem folgte kurze Zeit später der Billiardsaalbau und die Einrichtung eines Gesellschaftszimmers. Um sich eine Ausbreitungsmöglichkeit zu sichern, kaufte Julius Emil Trömmel im Januar 1896 die der Lohmühlenanlage gegenüberliegenden drei Gärten im Zusammenhang mit dem Grundstück an der Sörerstraße. Im Sommer 1903 erfolgte der erste Spartenstich für den mit ca. 500.000 Mark veranschlagten Neubau. 1904 wurde die untere Veranda eröffnet, am 12. Juli wurde das innere Lokal fertig, am 13. August der Billiardsaal mit acht Billiards und am 10. Juni 1905 der Garten mit seinen geräumigen Veranden und zwei Kiegelbahnen im Kellergeschoss. Das daneben liegende alte Haus, welches bald den Ansprüchen nicht mehr genügte, wurde im Frühjahr 1910 abgerissen und an seiner Stelle ein der Neuzeit entsprechender Neubau errichtet. Doch der Erste Weltkrieg brachte viele Einschränkungen. Emil Trömmels Söhne lernten die Grauen des Krieges in vollem Umfang kennen. Die folgenden Jahre brachten Höhen und Tiefen, so 1923 die Inflation und kurz vor dem 50-jährigen Bestehen starb Emils Frau. Emil selbst starb 1930 im Alter von 76 Jahren. Seine Söhne führten das Geschäft weiter. Im Sommer 1936 erfolgte eine Erneuerung des seit 1904 unverändert bestehenden Cafés im Erdgeschoss. Kleine räumliche Veränderungen und die Ausstattung mit Holzverteffelung, Säulen aus kaukasischem Nussbaum und sowie ein neuartiger Fußboden gaben dem ganzen Raum ein vornehmes Gepräge. 7000 Gäste wurden an einem Tag gezählt. Allein der Garten hatte 2000, der Billiardsaal 650 und das Lokal 450 Plätze. Der Zweite Weltkrieg machte auch bei Trömmes nicht halt. Sohn Rudolf starb im April und Sohn Hans im Juni 1944. Im Bombenhagel vom 19. März 1945 fiel das Kaffeehaus in Schutt und Asche. Lediglich die Verkaufsräume der unteren Etage blieben erhalten und wurden nach dem Krieg weiterhin genutzt. Die Plauener nannten das notdürftig sanierte Überbleibsel des früheren Prachtrestaurants wenig schmeichelhaft Pferdestall. Eine erhoffte Besserung der Geschäftslage blieb aus und so stimmte der gesundheitlich geschwächte Otto Trömmel einem Verkaufsangebot an die Hohe zu, was freilich nichts weiter war als eine etwas freundliche Art der Enteignung. Am 31. August 1950 endete die wechselvolle Geschichte des Kaffeehauses Trömmel. In den 60er Jahren wurde der Pferdestall abgerissen. An dieser Stelle befindet sich heute das Einkaufszentrum Stadtgalerie. Zur Erinnerung an das Kaffeehaus Trömmel eröffnete der Konditor und Bäckermeister Bernd Ebert das Nostalgie-Kaffee Trömmel 1990 im Klostermarktreff. Nach dem Umzug des Nostalgie-Kaffees in den Klostermarkt 11 übernahm im Jahre 2005 Eberts Tochter K. Veitisch das Kaffee. Noch heute sind viele erhaltene Gegenstände aus dem Kaffeehaus Trömmel zu bewundern. Das war die Geschichte um das legendäre Kaffeehaus Trömmel in Plauen. Wenn Sie mehr über das Kaffeehaus Trömmel in Erfahrung bringen wollen, können wir Ihnen die Webseite von Nils Trömmel empfehlen. Die Webseite ist familienforschung-trömmel.de